Kennt ihr das? Sodbrennen. Haben viele schon erlebt und zwar dieses eklige Säuremäßige, was dann so die Speiseröhre nach oben kommt. Das ist meistens bedingt durch unseren Mageneingang, der nicht mehr ganz richtig schließt. Der schließt sowieso nicht immer richtig, aber da ist er besonders weit offen und wenn Säure nach oben kommt, brennt es halt. Und ich habe eine Übung für euch und zwar legt ihr euren Kopf auf die rechte Seite, nehmt beide Hände an den unteren Rippenbogen mittig auf, atmet ein und aus, bei der Einatmung geht ihr weg mit der Hand, bei der Ausatmung Druck in den Bauchraum und leicht nach unten. Vier, fünf Mal und beim sechsten Mal haltet ihr den Druck nach innen und nach unten und atmet ungefähr für ein, zwei Minuten einfach weiter. Damit löst sich der Teil der Speiseröhre, der durch Zwerchfell kommt und der Ringmuskel kann sich wieder besser schließen und das Sodbrennen wird deutlich nachlassen.